Musik Die Gemeinde Horv liegt in der Zentralschweiz, im Kanton Luzern. Zwischen Vierwaldstättersee und Pilatus, grenzt im Norden an die Stadt Luzern, im Westen an Kriens und im Süden an die Gemeinde Hergiswil. Die rund 14.000 Einwohnerinnen und Einwohner geniessen die Nähe zur Stadt Luzern und leben dennoch in einer idyllischen und ländlichen Gegend, auf einer Gesamtfläche von rund 20 Quadratkilometern. Die Ortsteile Kastanienbaum, St. Niklausen, Bireck, Fellmis, Winkel, Ennetorf und der Dorfkern trägen die wunderschöne Wohngegend zwischen See und Bergen. Die Horvahalbinsel ist im Bundesinventar schützenswerter Landschaften verzeichnet und ist eine äusserst attraktive Wohngegend. Der tiefste Punkt der Gemeinde ist der Seespiegel auf 434 Metern über Meer. Der höchste Punkt liegt zwischen der Kriensereck und Fragmünd auf 1281 Metern über Meer im Hochwald. Horv liegt direkt an der Autobahn A2. Der Flughafen Zürich kann bequem in 50 Minuten erreicht werden. Mit der Zentralbahn erreicht man in nur sieben Minuten die Stadt Luzern oder kulturelle Angebote wie das KKL, das Kultur- und Kongresszentrum mit internationaler Ausstrahlung. Mehrere Buslinien verbinden Horv mit Stadt und Agglomeration Luzern. In Horv gibt es fünf Schulhäuser und zehn Kindergärten sowie eine internationale Schule. Auch für höhere Abschlüsse ist gesorgt. Stolz ist man hier auf die Abteilung Technik und Architektur der Hochschule Luzern. Die Universität Luzern ist in kurzer Zeit erreichbar. Als Wirtschaftsstandort ist Horv einzigartig, vielseitig und zukunftsweisend. Dies beweisen die zahlreichen nationalen und internationalen Firmen vor Ort. Als Vorzüge gelten die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung sowie der tiefe Unternehmenssteuerfuß im Kanton und der tiefe Steuerfuß in Horv. Im Weiteren sind rund 30 Landwirtschaftsbetriebe angesiedelt, welche die ländliche Gegend hervorheben. Und für die Zukunft wird geplant. Rund um die S-Bahn-Station Horv und einen neuen Busplatz wächst über die kommenden Jahre zwischen dem Zentrum und der Hochschule ein eigentlicher neuer Stadtteil heran – Horv Mitte. Auf über 110'000 Quadratmetern werden in verdichteter Bauweise 520 Wohnungen und 1700 Arbeitsplätze erstellt. Drei 14-geschossige Gebäude setzen dabei Akzente. Horv bietet damit Raum als Wohnort oder Geschäftssitz. Horv Mitte und das angrenzende Zentrum werden ein Ort der Vielfalt für alle Generationen. Läden und Büros, Gewerbe und Wohnungen, soziale Einrichtungen und Schulen bilden eine urbane Einheit. Man trifft sich auf dem Markt, in Restaurants, zum Einkaufen und Ausgehen, zu kurzen Plaudereien und ernsthaften Diskussionen. Die Lage am Bahnhof und im Zentrum der Gemeinde sorgt für reges Leben und vielfältige Einflüsse. Horv ist eine bevorzugte Wohngemeinde. Durch die Abgabe im Baurecht an Horver Baugenossenschaften fördert die Gemeinde neben Wohnen im Alter auch zahlbaren Wohnraum für Familien. Die vielen Spazierwege auf der Halbinsel lassen in herrlicher Umgebung den Alltag vergessen. Mit den verschiedenen Bademöglichkeiten, dem Bireckwald und dem Pilatushang gehören sie zum attraktiven Naherholungsgebiet vor den Toren Luzerns. Die nahe Bergwelt mit Pilatus, Stanserhorn oder Rigi lädt zum Wandern ein. Oder möchten Sie einen Ausflug auf dem Vierwaldstättersee machen? Dann steht Ihnen die Schiffsstation im Ortsteil Kastanienbaum zur Verfügung. Für Shopping und Kultur liegt Luzern in unmittelbarer Nähe und ist in wenigen Minuten bequem erreichbar. Im Winter ist man in einer halben Stunde in verschiedenen Wintersportgebieten. Unterkunftsmöglichkeiten vom Vier-Sterne-Hotel bis zum Campingplatz stehen zur Verfügung. In gehobenen Seerestaurants, in gemütlichen Landbeizen oder beim Italiener in der Pizzeria, hier in Horv, werden Sie kulinarisch verwöhnt. Für die Gestaltung der Freizeit gibt es für alle Altersgruppen eine Vielzahl von Vereinen und Organisationen, um sich kulturell, sportlich oder sozial zu betätigen. Horv, die Gemeinde am See. Familienfreundlich, einzigartig, vielseitig und wirtschaftsfreundlich. Überzeugen Sie sich selbst! Eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017